Hallo liebe Leute von heute, willkommen zur nächsten Folge von Fallout 4, Folge 15 und ich begrüße euch. Ja, die Session beträgt jetzt mittlerweile zweieinhalb Stunden fast, die ich ja auch nicht habe. Ich habe immer meine gewissen Sessions, wo ich sechs, sieben, acht Folgen auf einmal aufnehme, vorproduziere quasi. Wir sind hier nach wie vor im... nach wie vor... Wurft ihr den Waffen? Vollgepallert in Dance. Ja, in diesem Ding drin. Das habe ich im Blackout, Leute. Da, wo wir das holen müssen einfach. Mit Dance sind wir unterwegs, ja. Gut, schauen wir mal. Jetzt müssen wir da reingehen und ich hoffe, dass wir da das finden, was wir brauchen für einen Sender. So. Also. Haben wir da was zum Looten? Nö, haben wir nicht. Was? Verbindungsstange. Vielleicht... Flansch? Vielleicht kann ich den ja gebrauchen. Da. Das geht nicht auf. Das ist zu. Das muss ich eh da runter. Abgeschlossene Folge. Paladin Dance. Wo ist denn der hin? Da. Nö. Stell dir die Hilfsenergie des Maschinenkerns wieder her. Ah, da bist du. So. Das ist auf jeden Fall einmal wichtig. Aufzug. Was haben wir hier? Auch nichts Besonderes. Ah, Chunk Chat. Nett. Pff. Was ist das, Leute? Chunk Chat. Kurzer Laufstand. Pff. Drücke R, um Gegenstände in den Chunk Chat zu laden. Halt die Maus 1 gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen. Voll aufgeladene Schüsse richten maximalen Schaden an. Jetzt habe ich aber... Jetzt bin ich komplett überfühlt, schätze ich mal, ne? 269. Wahnsinn. Techniker, persönlich, persönlicher Eintrag. Okay. Chunk Chat. Ich kann jetzt aber nicht mehr schnell gehen, Leute. Ist es wichtig, dass wir diese Kanone jetzt haben oder nicht? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich nehme sie einfach mal. Ich kann aber nicht mehr gehen, Leute. Aha. Aber habe ich was, was ich schmeißen kann? Ja. Impro Revolverpistole kann ich eine weglegen. Impro Automatikpistole. Bis auf zwei kann ich alle weglegen. 10mm Pistole. Ja. Ja, brauche ich im Moment. Hä? Wo ist der Jet-Ding? Den brauche ich ja jetzt. Chunk Jet. Den habe ich hier. So. Und ich kann sogar schnell rennen. Was kann ich da reingeben, Leute? Mein Vorkriegsgeld. Verbindungsstange. Also ehrlich gesagt. Sicherung 7. Da brauche ich das. Das ist alles verprassen. Das habe ich dir vorgespielt. Was kann ich hier machen? Eigentlich gar nichts. Achterkugeln. Da kann ich hier die Achterkugeln reingeben. Chemieglas. Flansch. Flansch. Diese Flasche. Ich weiß nicht, was ich da alles reingeben soll. Seife. Sicherung 1. Verbindungsstange. So. Gut. Was haben wir dann? Da noch? Großer Werkzeugkasten. Oh, Werkzeugkasten, Leute. Eine H-Klammer vergeudet. So. Mal ein bisschen Schraubenzieher. Ja, mehr brauchen wir da nicht. Schraubenzieherhammer ist mitgenommen. Gebäudeverwaltungsterminal. Das ist wahrscheinlich wieder mit so einem Passwort, Leute. Ja, natürlich. Wall. Hier sehe ich da gerade. Gut. Moon. Lake. Mask. Ja, haben wir jetzt... Terminal wurde gesperrt. Ja, mein Gott. Funktionskern. Nehmen. Ja, nehme ich in den Funktionskern. Den brauchen wir ja da nicht. Äh, was haben wir da? Tür schließen. So. Gehen wir weiter. Ja. Ja. So. Ja. Dadurch. Kein Strom vorhanden. Äh, sag jetzt bloß nicht. Uftaste. Kein Strom vorhanden. Ich muss das doch einsetzen. Den Funktionskern. Schätze ich mal. Ah, was haben wir da? Ah, okay. Ja, egal. So. Achso, nein. Blödsinn. Äh, brauche ich jetzt hier nicht. Fusionskern einsetzen. Fusionskern. 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 Ach, chat, Labor, Passwort. Persönlicher Eindruck war, nehm, ich schaute, ha, klammer, Gebührenplan. Äh, Schrott. Fusionskern. Haben wir da nicht irgendwo den Fusionskern, Leute? Nein, da haben wir auch nichts. Ah ja, Skill-Tabelle. Achso, haben... Na, da können wir ja nichts machen, Leute. Ja, ein paar haben wir. SP-Runde vom Ehering. Hilfsmittel aufbereitet. Wo ist der Fusionskern hin? Wo habe ich denn hingeben? Jetzt habe ich das unabsichtlich... Erkennungsmaten. Erkennungsmaten. Erkennung. 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 Ich habe das... Erkennung. Verbindungsstange, Vorkriegsgeld, Fusionszelle, ah, Fusionskern, Ablegen, Skilltabelle, Untersuchung, da ist der Fusionskern, Ladung, aber den brauche ich doch, den Fusionskern, du kannst den Gegenstand nicht ausrüsten, ja klar, aber ich brauche den, nehmen, ja ist egal, wir haben keinen Strom auf jeden Fall, okay, Leute, ja das dauert immer so lang, dieses Terminal wurde gesperrt, Knopf für Motorstart, okay, was heißt das jetzt? Okay, kein Strom vorhanden, da können wir auch nichts machen, einen Fusionskern reingehen, aber den kann ich nicht benutzen, den Fusionskern, was ist da jetzt? Warnung, Energieverlust, Triebwerkskern ist außer Betrieb, Triebwerkskern ist außer Betrieb, kann ich da irgendwas machen, Leute, vielleicht, nicht, oder da drüben irgendwo, oder da drüben irgendwo, Improautomatikpistole, 10mm Pistole, nö, weil ich ein Idiot bin, 10mm Pistole, 10mm Pistole, weil ich da nicht eine habe, was? Achso, und die Improautomatikpistole kann ich weggeben, ja, so, was haben wir da jetzt? Zum Beispiel werde ich jetzt die Waffe nehmen, äh, spürt der Granatermode auf Minikan, Maschete, Gratschlüssel, Junkchat, Das ist da drüben. Ist da drüben? Da kann ich vielleicht da was machen? Nö. Warnung, Energieverlust, Triebwerkskern ist außer Betrieb, Leute, ich muss kurz was machen, ich werde kurz, äh, das Spiel noch einmal laden, das Spiel laden, ich werde das Spiel noch einmal laden, Leute, weil, äh, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, dass ich das rausgenommen habe, ähm, werden wir weiter laufen, Leute, und zwar hier, Notstromsystem, ja, Ja, Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ja, Stelle eine Hilfsäne, geht das Maschinenkern wieder her, jetzt haben wir wieder das, ähm, ja, jetzt haben wir wieder neu anfangen müssen, ne, ist egal, weil da haben wir keinen, kein Strom vorhanden, äh, das haben wir vorher auch, aktivieren, Aufzug, nein, so, egal, äh, wir werden jetzt weiterhin hier hingehen, das nehmen, ja, super, Gegenstände in den Junkjet zu laden, ich muss jetzt auf jeden Fall jetzt was los werden, da ich zu viele Kilos habe, und zwar habe ich ja da die, bis auf eine 10mm Pistole, Automatikpistole, werde ich auch eine behalten, und werde mir das jetzt genehmigen, so, dann werden wir hier, das hier, Personskern nicht nehmen, sondern wenn wir jetzt da schauen, Warnung, Energieverlust, Triebwerkskern ist außer Betrieb. Ja, das, also wäre es auch so gewesen, okay, ich habe mir gedacht, na, nicht, dass ich jetzt schuld bin, dass da, äh, dass ich das weggenommen habe. Diverses, Warnung, Energieverlust, Triebwerkskern ist außer Betrieb. Schauen wir mal, was hier... Grinsen, Grinsen, Lachen, Spotten, Necken... Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher im Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Äh, ha, ha, ha! Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es Ihnen zeigen. Okay. Ja, also da ist es... Pfff, keine Ahnung. Also ich nehme mal diesen Junkjet. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. So, dann schauen wir mal da. Kein Strom vorhanden. Na gut, dann schauen wir mal weit runter. Ja, da muss es doch irgendwas geben, Leute. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hier irgendwo was übersehen. Äh, haben wir da irgendwas zum reinladen? Ja. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Okay. Okay. Können wir da was reingeben, Leute? Ähm. Das ist ja die falsche, Leute. Die Waffe brauche ich jetzt. Diese Waffe. Äh. Wo haben wir Junkjet? Ich habe das Passwort ja gar nicht. Und. Ja. Wieder mal vorschlagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir bitte ein Like da. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Bla bla bla. Bi-ba-bo. Batschi-di-chi-butschi. Dankeschön. Game over. Und ciao. udos ciao. Und ich sehe mir? Bye.